Ein echter Krimi im königlichen Park. Lewis Hamilton bezwingt Kimi Reikönen in Monza. Sebastian Vettel verliert wichtige WM-Punkte. Und Max Verstappen sauer auf die Rennkommissare. Hier sind unsere fünf Top-Themen nach dem Italien-Grand Prix. Vettel vs. Hamilton. Gleich auf der ersten Runde ging es heiß her. Hamilton griff Vettel an und sie berührten sich. Renn und Fall oder nicht? Ja, was ein Kracher. Der ganze Italien-Grand Prix sowieso mega Duell nachher, Hamilton-Reikönen. Aber schon gleich am Start ging es richtig zur Sache. Was heißt am Start? Erste Schikane, die war noch sauber. Reikönen gut durchgekommen, gleich ein bisschen verbremst, dann ein paar Probleme gehabt. Vettel, Hamilton im Windschatten hinten dran, näher gekommen. Aber so richtig nah waren sie dann erst in der zweiten Schikane dran. Vettel war links, Hamilton rechts. Kimi so leicht mittig, zog dann nach links rüber, um halt die Kurve zu covern. Wo Vettel hin wollte, ja gut, Vettel war dann innen, Hamilton außen. Die beiden Duellanten um die WM nebeneinander in die zweite Schikane rein. Ja, und Rums, da hat es geknallt. Vettel dreht sich um, Hamilton kann weiterfahren. Die große Frage, ja, Rennunfall? Die Stewards meinten ja, ich sag auch ja. Ja, war einfach klassisch zu eng. Erste Runde kann passieren. Vettel wenig Grip hinter Reikönen durch die bisschen Dirty Air. Ja, Hamilton funkte, Vettel funkte direkt. Ja, das war dumm von Luis. Meinte auch nachher noch, der hätte ihm da mehr Platz lassen sollen. Ich finde, ein bisschen eng. Ein paar Zentimeterchen wären vielleicht drin gewesen, aber dann wäre Hamilton auch schon irgendwann im Notausgang gewesen. Beide mussten halt voll gegeneinander fahren. Fahren ja gegeneinander um die WM. Ist klar, dass die gerade sich da gegeneinander nichts schenken. Und so unterm Strich, ja, meine Güte, Haken dran. Rennunfall. Blöd für Vettel. Dadurch musste er eine Aufholjagd hinlegen mit einem ziemlich ledierten Ferrari. Durch das Safety Car konnte er da immerhin nicht so viel Zeit verlieren. Ja, aber letztlich viele Punkte verloren, wo viele hätten gewonnen werden können. Reikönen vs. Hamilton. Packender Zweikampf zwischen Reikönen und Hamilton. Der Finne führte das Rennen lange an, bis er in die Mercedes-Falle tappte. Ja, der Kracher direkt am Start war aber nicht das, was den Italien-Grand Prix letztlich wirklich so episch machte. Denn das war ein Duell zweier uralter Widersacher eigentlich schon. Reikönen und Hamilton schon vor mehr als zehn Jahren um die WM gefahren war. Jetzt hier in Monza direkt um den Sieg duelliert. 20 Runden lang direkt miteinander hergefahren. Richtig enges Duell. Immer im DRS-Fenster fast gewesen. Hamilton nie in wirklichen Angriff gesetzt. Außer beim Restart. Da war Hamilton schon vorbei immer auf Startziel. Reikönen dann sofort gekontert. Wieder Curva Grande, Andremsen auf die zweite Schikane vorbei. Ja, aber eigentlich sah es dann eigentlich ganz gut aus für Reikönen. War vorne, war immer knapp vorne, war eng. Aber ja, wirklichen Angriff gab es eben nicht. Ja, dann Mercedes strategiemäßig sehr, sehr, sehr gut gelöst. Hat Ferrari unter Druck gesetzt. Ferrari bekam Angst, dass sie einen Undercut kassieren. Dann kam Kimi als erster rein. Deshalb, Ferrari reagierte also bevor Mercedes handelte. Reikönen an der Box gewesen. Ja, dann war halt die Frage, kann Mercedes jetzt durch einen Overcut vorbeigehen? Kann Hamilton direkt in der nächsten Runde kommen und so vorbeiziehen? Nein, konnte er nicht. Reikönen hatte schon eine richtig gute Outlab auch. Und so war relativ schnell klar, dass Hamilton noch viel länger fahren muss. Und so war dann die Mercedes-Strategie, einen Unterschied im Reifenalter zu generieren. Also Hamilton viel länger fahren zu lassen, dann zu stoppen, um dann mit frischen Reifen anzugreifen. Das hat am Ende dann auch funktioniert. In Runde 45 hat Lewis Hamilton dann Kimi Reikönen überholt. Ende Startziel, relativ spielerisch. Aber da half dann auch noch ein paar andere Sachen mit. Nämlich vor allem Walter Ribottas. Der war noch nicht an der Box gewesen. Lag dann durch Reikönen Stopp vor Reikönen. Hat seinen Landsmann eingebremst. Der hat die ganzen fünf Sekunden, die er mit den frischen Reifen nach seinem eigenen Stopp rausgefahren hat, dem Finden wieder abgenommen. Und so hatte Reikönen dann eben keinen Vorsprung mehr auf Hamilton und den Nachteil des Reifenalters. Und da war dann eben nichts mehr drin. Und acht Runden vor Rennenende der Ferrari-Heimsieg dann leider doch futsch. Und Hamilton wieder der strahlende Sieger. Bottas vs. Verstappen. Hartes Duell zwischen Bottas und Verstappen. Lies der Niederländer dem Finnen wirklich zu wenig Platz? Max schimpfte darüber, dass solche Strafen den Rennsport zerstören. Sie machen einen verdammt guten Job, den Rennsport zu zerstören. Das hat Max Verstappen in Monza gefunkt. Auch noch so ein brisantes Thema. War in der ersten Schikane im Duell mit Valtteri Bottas. Und ja, die Stewards meinten, Max Verstappen hat Bottas nicht genug Platz gelassen. Oder was heißt nicht genug Platz gelassen? Ist zu stark nach links rübergezogen, wo Bottas vorbei wollte. Es kam zu Berührung dann Bottas in den Notausgang. Und dafür kassierte Verstappen dann 5 Strafsekunden, mit denen er so gar nicht leben konnte. Ja, mega Ausraster eben am Boxenfunk. Ja, für manch einen vielleicht so ein bisschen verständlich. Klar, man will racen. Man will auch mal so ein bisschen Wheelbanging sehen. Aber ja, in der Formel 1 Kontaktsport ist schwierig. Ja, die große Frage ist halt, hat Verstappen wirklich Bottas genug Platz gelassen? Und es war wirklich eine Entscheidung um Zentimeter. Also eine Autobreite Platz lassen musst du, dann ist es okay. Es ging wirklich um so ein bisschen. Und am Ende Tatsachen, Entscheidungen dann wie im Fußball. Ja, letztlich Verstappen danach noch den Sturen gegeben wollte. Dann auch sich weiter verteidigen gegen Bottas. Trotz seiner Zeitstrafe ihn nicht vorbeilassen. Ja, am Ende war es dann auch sowieso egal. Weil Vettel war von hinten ohnehin schneller. Verstappen hat ja die beiden Positionen dann durch die Strafe noch verloren. Hätte er sicherlich sportlich auch so gegen Vettel nicht halten können. Dann den nur vierten Platz. Von daher sportlich eigentlich so egal gewesen. Also sowohl Sturheit als auch so ein bisschen verständlich. Okay. Ja, aber letztlich Bottas natürlich unzufrieden damit gewesen. Macht Verstappen den Vorwurf, er hätte ihm da nicht genug Platz gegeben. Strafe, okay. Verstappen meint, ja, Bottas ist sogar schuld. Der ist mir doch ins Auto sogar gefahren. Das ist, finde ich, jetzt totaler Quatsch. Ins Auto gefahren ist Bottas nicht. Wo soll er hin? Und so gesehen, alles in Ordnung. Eigentlich finde ich, die Strafe so passt. War mal eine gute Entscheidung der Stewards. Vettel aufhol die Jagd. Vom Ende des Feldes bis auf Platz 4. Sebastian Vettel betrieb nach der Kollision in Runde 1 Schadensbegrenzung. Aber reicht das, um seine WM-Chancen zu wahren? Der Ferrari-Konter, der Vettel-Konter nach der Sommerpause. Der muss sofort sitzen. Habe ich vor Spar gesagt. In Spar hat das geklappt. Vettel, Punkte gut gemacht. Jetzt in Monza 13 direkt wieder verloren. Auf Hamilton 30. Jetzt schon wieder der Rückstand in der WM nach Monza. Ganz, ganz, ganz dicker Rückschlag entschieden. Ist deshalb für mich noch gar nichts. Der Ferrari ist immer noch das bessere Auto. Und jetzt kommen mit Singapur vor allem auch erstmal eine Strecke, die dem Ferrari sicherlich deutlich besser schmeckt als dem Mercedes. Und auch insgesamt sehe ich da auch die Streckenkarten auf Ferrari-Seiten. So gesehen ist das nicht durch. In Monza hätte es natürlich anders laufen können nach dem Megaproblem da in Kurve 2. Ja gut, Vettel ist auch volljährig auf Platz 4. Wer mehr war, dann einfach nicht mehr drin. Auf Platz 18 war er zurückgefallen nach der ersten Runde. Hat durch das Safety Car halt noch ein bisschen Zeit einsparen können so durch die Reparatur. Nicht so viel verloren. Und gut, noch weiter nach vorne hätte es nicht mehr gehen können. Das Auto war halt schon, muss man sagen, wirklich beschädigt. So gesehen noch die beste Schadensbegrenzung betrieben, die möglich war. Aber letztlich halt wirklich massiv viele Punkte wieder verloren. Echt bitteres Rennen, gerade weil es auch das Heimrennen von Ferrari war. Und der ersehnte erste Ferrari-Sieg seit nun jetzt schon acht Jahren in Monza schon wieder nichts geworden ist. Renault-Protest. Auf einmal war Haas punktgleich mit Renault. Doch der Protest der Franzosen ließ nicht lange auf sich warten. Worum ging es dabei? Ja, früher war es immer Force India gegen Williams. 2018 ist es Haas gegen Renault im Kampf um den Best of the Wrestling der Formel 1 um Platz 4. In Monza ist es endlich passiert. Haas ist vorbeigegangen in der WM an Renault. Grosjeans sechster Platz hat dafür gereicht. Zum Ausgleich nach Punkten. Haas hat aber die besseren Einzelergebnisse gehabt. Also Haas vor Renault. Ja, denkst du, Pustekuchen. Stunden nach Rennende auf einmal Romain Grosjean war disqualifiziert. Ja, warum? Weil Renault gegen Haas selbst protestiert hat. Und zwar war das Problem am Unterboden, ganz vorne, am sogenannten T-Tray, ganz vorne so eine Kufe am Unterboden. Ja, da stimmte der Radius nicht beim Haas. Und da gab es am Mitte Juli, Ende Juli noch eine technische Direktive, die erst ab Monza Tragkraft hatte. Ab da galt. Ab da mussten die Unterböden da angepasst werden auf eine neue Abmessung aus Sicherheitsgründen. Ja, und Haas hat es eben verschwitzt. Auch eine lange Geschichte noch im Hintergrund. Ist jetzt ein bisschen schwierig hier an der Stelle genau aufzudröseln. Ist echt komplex. Aber unterm Strich bleibt eben der Platzverlust für Haas. Das Auto war halt einfach illegal. Haas wusste es sogar im Grunde, dass es illegal war. War so ein halbes Missverständnis mit der FIA, dass es dazu kam. Aber Renault hat es halt einfach ausgenutzt. Die FIA hatte Haas gewarnt. Wenn ein Gegner das sieht und protestiert, ja, dann könnte euch was passieren. Und so ist es jetzt gekommen. Renault kämpft wirklich mit allen Mitteln jetzt auch am grünen Tisch. Und ja, letztlich war der Wagen einfach nicht legal. Und so gesehen ist sicherlich die Disqualifikation so gesehen erst mal richtig. Haas hat schon Protest angekündigt, weil sie eben da in dieser ganzen Geschichte mit der FIA davon ausgegangen waren, dass es okay war, dass sie in Monza noch mit diesem Ding so fahren und erst in Singapur ein Update bringen. Hatten so ein paar Zulieferer-Probleme da vorgetragen. Ja, wir werden jetzt sehen, wie das so alles ausgeht. Ob das wirklich als Missverständnis dann doch noch für Haas durchgeht. Können wir gespannt sein. Aber sehr kuriose Situation auch. Ja, und wir sehen einfach, wie wichtig auch einfach im Mittelfeld jedes Pünktchen ist und jedes Duell ist. Und davon lebt die Formel 1 auch. Hey, aufgepasst! Hast du schon die neue Motorsport-App? Jetzt im App-Store nach Motorsport-Magazin suchen und App kostenlos runterladen. Alle News, alle Ergebnisse, exklusive Videos. Hol dir die kostenlose Motorsport-Magazin.com App auf www.motorsport-app.com Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst.